Okay, ich versuch's jetzt noch ein letztes Mal, vielleicht zur Übertragung, wenn es wieder irgendwie gebrauchen wird nach ein paar Sekunden, dann wird sich es für immer bleiben, für heute, denk ich mal, oder ich versuch's später nochmal, wenn es passt, aber wenn es jetzt wieder abbricht, einfach so, dann lasse ich es bleiben. So, ich muss noch ein Organ oder ein Toast machen. Oh, er passt. Was fehlt mir da noch? Zweig, wer es immer auf Wildturmeln ist, okay. Honig. Zehn Stück. Okay. Ja, wir schauen. Drache-Elteste muss ich, glaube ich, auch noch töten, oder? Ja, drei Stück. Ähm, essen wir erst mal, genau. Dann machen wir einfach einen Test dran, wer Tümmeln ist. Oder so einfach. Ach, da haben wir einen Test dran. Gut, okay. 15 Minuten Zeit. Uh, ja, das wird knapp. Und fertig. Okay, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Äh, ich glaube, wir machen da lieber das andere. Das gibt auch mehr. Können zwar nur dreimal machen, aber egal. So, damit die Gutscheine mal verschwinden, alle. Und da ist mein Fahrrad gleich zu Ende. Aber es zählt noch, oder? Ich bin noch live. Ja, doch, ich bin live. So. Gefällt mir jetzt zwar noch gar nicht, dass ich das jetzt irgendwie dreiteilen musste. den Steam mit Monster-Developer. Aber wenn das System meint, meine Übertragung ständig zu unterbrechen. Aus irgendwelchen Gründen, dann gut. So lange es jetzt halt passt es. Äh, wenn es wieder abbricht, dann lasse ich es für heute gut sein. Und da ist unser Junge schon wieder. Sehr schön. Ach, das ist wieder groß. Ich glaube, das würde ich am besten ein normaler Toast ausmachen. Für die Krone. Ey, das ist ja verdammt riesig. Ich sage die Krone für die Krone. Oh, ja. Nee, kaum treff. Ey, ich mach, wow, ey, ich seh's jetzt schon wiederkommen, dass es einfach nur ein schlechter Jagd wird. So werde ich das sicher nie unter 15 Minuten schaffen. Oh, jetzt habe ich aber getroffen. Hör auf, oh Gott, please. Not cool. Ja, das wundert mich, Tatsache. Läuft, 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 läuft sehr, 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 sehr beschissen, beschissen, beschissen. Ja. Das muss ich jetzt so oft wiederholen, weil es einfach nur beschissen war gerade. Und da kommt es schon wieder, ey, ich hoffe, jetzt läuft es besser. Oh, liegt das Vieh gerade? Okay. Nice. Wir, 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 wir. chill doch mal kann ich mir jetzt die vitalitätsfestball geben ja so nice, ach komm, hör auf damit woops, okay okay, dafür wirst du jetzt gerettet, mein Freund naja, das letzte mal, wo er sich das, äh, den Kopf zu brauchen hat ui ey, was ist zum Teufel oh, der Schwanz ist ab nice wie hat mich das jetzt getroffen, ey ey, ist das jetzt nicht dein Ernst, oder? ist das dein Ernst? ach, du scheiße, ey so knapp Junge, hör auf damit scheiße, 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 verdammte ey ey, was ist das jetzt auf einmal? aber nur, weil ich seinen Schwanz abgeschnitten habe, ey so brutal guck dir nicht, ja, ist okay ich hab hier aber keine Austra, ey Junge, chill doch mal ein wenig ich ist ja fast so schlimm wie der kampfgehertete, ne ähm kampfgehertete teustra ey noch tausendmal schlimmer was zum Teufel Junge, Junge, übertreib doch deine Lage ohja ohja, das war jetzt schön fah shhhhh ffs j j j j wie das hat er nicht getroffen ist das dein scheiß ernst ja es läuft irgendwie alles schief in dieser quest gerade es fehlt nur noch dass ich jetzt auch mächtig werde was zum teufel was mache ich hier nicht die ganze zeit es ist als würde ich gegen den kampfgehrteten teustra machen oder eins der noch tausendmal schlimmer ist als der kampfgehrtete teustra was was zum teufel was zum teufel was zum teufel wann hält mich das scheiß dring wieso wann hättet mich das scheiß dinge was zum teufel ich verstehe das nicht jetzt mal ohne witz ich verstehe das nicht wie zum teufel wie ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht gerade ist es als würde ich gegen ein schlimmeres kampfgehrtete teustra machen kämpfen das ist ja tausendmal schlimmer als ein kampfgehrtete teustra was zur hölle jetzt mal ohne witz wie ist denn der drauf das ist doch nicht nur immer normale steckt das nein ok gut gut ey was zum teufel wie ist mit ihm los ich verstehe das nicht ich verstehe das einfach nicht jetzt ist er fast am abkratzen ja aber nicht mehr mit mir Junge meine kitte tschüss doch mal ja ok ich bin raus es ich bin raus ich bin raus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank.